Der Geissweidengrat oberhalb von Davos-Monstein bietet im Winter eine herrliche Aussicht über das Albula-Gebiet und die Landschaft Davos. Durch den Wald geht es zuerst zu den Hütten der Hauderalpen. Danach müssen wir über einen langen und steilen Schneehang aufsteigen. Gerade auf der Hauderalp angekommen. Wunderschön hier. Obwohl die ganze Strecke in den Schatten verlief, aber das war auch gut so, sonst wäre ich in meinem eigenen Saft geschmort. Ja, so ein Aufstieg im Winter trinkt einen trotz der Kälte schon ganz schön entschützt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Puh, sauanstrengend. Bei meinen Fahrt werden den ganzen Sommer zu Hause auf der Couch gesessen. Puh, sauanstrengend. Wie alt ist es für Aurob, sauert aus der Kälte sich? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich würde sagen, es war so ziemlich das anstrengendste, was wir in den letzten Wochen und Monaten gemacht haben. Und das, obwohl ich in der Spur von drei Vorgängern gelaufen bin und mir es dadurch etwas leichter gemacht habe. Guido hat hardcore-mäßig eine eigene Spur gegraben. So, wir sind jetzt noch ein Stückchen weiter den Geißweidengrat hinaufgelaufen bis zu dem Punkt, wo wir denken bis hierhin. Und dann könnte es gefährlich werden. Es ist ein fantastisches Panorama hier oben. Es ist kein Gipfel, aber trotzdem einfach genial hier oben zu stehen. Diese endlosen Weiten, die schneebedeckten Gipfel um uns herum. Traumhaft schön. Einfach genial hier. So schön hier. Also die Anstrengungen sind mittlerweile vergessen. Beim Aufstieg greift man immer in den Spuren von anderen und beim Abstieg greift man sich in eine eigene Rinne. Das geht viel weiter. 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 Bis zum nächsten Mal.